Morgen Bob, wie schaust du denn aus? Mann, hab ich schlecht geschlafen. Das sieht man. Hast gestern wohl zu viel Pizza Salami gefuttert? Ach hör auf, ich kann das Wort Pizza nicht mehr hören. Ich hab heut sogar von Albertus Bitsen geträumt. Na servus. Ja, stell dir vor, wir beide, also du und ich, haben auf der Raumstation ISS ein Praktikum gemacht. Was? Wie soll das denn gehen? Cool. Ja, und weil wir auch da oben nicht auf eine frisch gebackene Pizza verzichten wollten, hat Albertus seinen Lieferservice ein wenig ausgebaut und ein eigenes Satellitensystem samt Zustellung mit dem klangvollen Namen Pizza 1 entwickelt. Diese Satelliten werden von einer Trägerrakette in der Nähe der ISS ausgesetzt und lassen sich anschließend per Fernsteuerung zur Raumstation fliegen. Kurz vor Reichen der Raumstation aktiviert sich der bordeigene, weltraumtaugliche Natursteinofen, so dass beim Andocken an die ISS die Pizza Backofen frisch entnommen werden kann. Haha, cool. Zum Manövrieren besitzen die Satelliten sechs kleine Steuerdüsen. Zwei zum Manövrieren entlang der X-Achse, zwei zum Manövrieren entlang der Y-Achse und zwei zum Manövrieren entlang der Z-Achse. Ihre? Leider gab es beim Start von Pizza 1 starke Vibrationen, was dazu führte, dass die Düsen für die Z-Achse um 45 Grad in Richtung der Y-Achsen-Düsen verrutscht sind. Hinzu kam noch, dass Pizza 1 ziemlich weit entfernt von der ISS ausgesetzt wurde. In Richtung der X-Achse fällten vier Kilometer, in Richtung der Y-Achse ganze sieben Kilometer und in Richtung der Z-Achse drei Kilometer. Und wie ist das weitergegangen? Ja, wir wussten natürlich nicht gleich, wie wir jetzt mit den verrutschten Steuerdüsen die Pizza zu ISS bringen konnten. Das kannst du doch ganz einfach mithilfe der Vektoraddition beantworten. Du musst im R3 einfach die entsprechenden Vektoren addieren. Du hast genau das gleiche in meinem Traum auch gesagt. Was? Ich war auch dabei? Ja, auf einmal. In einem Raumanzug dahergeflogen. Cool. Vektoraddition? R3? Das hört sich aber schon wieder sehr kompliziert an. Für Ralf sicher nicht. Genau. Ein Element im R3 ist ein Triple aus reellen Zahlen. Gewöhnlich schreibt man es als Spaltenvektor mit eckigen Klammern. Also beispielsweise der Vektor 4, 7, 3. Manchmal benutzt man auch runde Klammern, aber das ist nur Geschmackssache. Wir werden eckige Klammern benutzen, weil das die gleiche Notation wie in MATLAB ist. Der R3 ist die Menge aller Spaltenvektoren mit drei Einträgen, x, y und z. Für die gilt, dass x, y und z reelle Zahlen sind. Elemente im R3 können miteinander addiert werden. Dies geschieht komponentenweise. Addiert man zum Beispiel den Vektor x1, y1, z1 mit dem Vektor x2, y2, z2, so erhält man den Vektor x1 plus x2, y1 plus y2 und z1 plus z2. Also beispielsweise ist die Summe der Vektoren 4, 7, 3 und 1, 2, 3 der Vektor 5, 9, 6. Genauso funktioniert die Subtraktion von Vektoren. Subtrahiert man den Vektor x1, y1, z1 mit dem Vektor x2, y2, z2, so erhält man den Vektor x1 minus x2, y1 minus y2 und z1 minus z2. Also beispielsweise ist die Differenz der Vektoren 4, 7, 3 und 1, 2, 3 der Vektor 3, 5, 0. Man kann einen Vektor auch mit einem Skalar, also einer reellen Zahl, multiplizieren. Auch dies geschieht komponentenweise. Alpha mal dem Vektor x, y, z ergibt den Vektor alpha x, alpha y, alpha z. Also beispielsweise 2 mal dem Vektor 4, 7, 3 ergibt den Vektor 8, 14, 6. Auf Bobs Traum angewandt hat es folgenden Nutzen. Bezeichnen wir den Punkt, an dem sich das Satellit befindet, mit 0, 0, 0. Dann ist die ISS am Punkt 4, 7, 3. Es fällten ja in Richtung der x-Achse 4 km, in y-Achsen Richtung 7 km und in z-Achsen Richtung 3 km. Mithilfe der x-Achsen Düsen können wir den Satelliten zum Punkt 1, 0, 0 manövrieren. Wenn wir dieses Manöver alpha mal hintereinander ausführen, befindet sich das Satellit an der Stelle alpha mal dem Vektor 1, 0, 0, also an der Stelle alpha, 0, 0. Mithilfe der y-Achsen Düsen können wir den Satelliten aber auch zum Punkt 0, 1, 0 manövrieren. Wenn wir dieses Manöver beta mal hintereinander ausführen, befindet sich das Satellit an der Stelle beta mal dem Vektor 0, 1, 0, also an der Stelle 0, beta, 0. Genauso können wir den Satelliten mit den z-Achsen Düsen zum Punkt 0, 0, 1 manövrieren. Wenn wir dieses Manöver gamma mal hintereinander ausführen, befindet sich das Satellit an der Stelle gamma mal dem Vektor 0, 0, 1, also an der Stelle 0, 0, gamma. Werden nun alle drei Manöver hintereinander ausgeführt, dann müssen die entsprechenden Vektoren addiert werden. Also erhält man den Vektor alpha, beta, gamma. Wählen wir jetzt alpha gleich 4, beta gleich 7 und gamma gleich 3, so erhalten wir den Punkt, an dem sich die ISS befindet. Wir können also zur ISS gelangen, indem wir das x-Manöver viermal ausführen, das y-Manöver siebenmal und das z-Manöver dreimal. Schön, aber es alles geht doch nur, wenn das Satellit noch intakt ist und die Steuerdösen noch nicht verrutscht sind. In unserem Fall zeigen die z-Steuerdösen nicht mehr in Richtung 0, 0, 1, sondern in Richtung 0, 1, 1. Was mache ich denn nun? Im Grunde genommen machst du das gleiche wie vorhin. Nur, dass du den Vektor 0, 0, 1 durch den Vektor 0, 1, 1 ersetzt. Wir können also mithilfe dieser Düsen alle Punkte der Form gamma mal dem Vektor 0, 1, 1, also alle Punkte der Form 0, gamma, gamma erreichen. Das heißt, insgesamt erreichen wir alle Punkte der Form alpha mal dem Vektor 1, 0, 0, plus beta mal dem Vektor 0, 1, 0, plus gamma mal dem Vektor 0, 1, 1. Ist gleich der Vektor alpha, 0, 0, plus der Vektor 0, beta, 0, plus der Vektor 0, gamma, gamma. Ist gleich der Vektor alpha, beta plus gamma, gamma. Wobei alpha, beta und gamma wieder beliebige reelle Zahlen sind. Können diese Zahlen so gewählt werden, dass wir den Vektor zu ESS erhalten? Also das gilt, dass der Vektor alpha, beta plus gamma, gamma dem Vektor 4, 7, 3 entspricht. Offensichtlich muss dafür alpha gleich 4 und gamma gleich 3 gelten, siehe erste und dritte Komponente des Vektors. Aber wenn gamma gleich 3 gilt, dann erkennen wir anhand der zweiten Komponente, dass beta gleich 4 sein muss. Denn nur dann gilt beta plus gamma gleich 7. Du kannst also mit den verrutschten Steuerdüsen noch zur ESS manövrieren. Wie? Schau, nehmen wir an, die Steuerdüsen verrutschen aus welchem Grund auch immer erneut weiter, zum Beispiel in Richtung 1, 1, 0. Okay, und was machen wir jetzt? Tja, ich fürchte, jetzt haben wir schlechte Karten. Die drei Vektoren 1, 0, 0, 1, 0 und 1, 1, 0 sind nämlich nicht mehr linear unabhängig, sondern linear abhängig. Linear unabhängig? Was ist denn das alles schon wieder? Das sind mathematische Konzepte, die beim Rechnen von Vektoren wichtig sind. Man kann sie für Vektorräume beliebiger Dimensionen definieren, sogar für unendlich dimensionale Vektorräume. Für unseren Fall genügt es aber, wenn wir nur den dreidimensionalen Vektorraum R3 betrachten. Also drei Vektoren V1, V2 und V3 aus dem R3 heißen linear abhängig, wenn reelle Zahlen λ1, λ2 und λ3 existieren, von denen mindestens eine Zahl ungleich 0 ist, sodass λ1 mal V1 plus λ2 mal V2 plus λ3 mal V3 gleich 0 gilt. Mit 0 ist hier übrigens der Nullvektor 0, 0, 0 gemeint. Das Gegenteil heißt linear unabhängig. Drei Vektoren V1, V2 und V3 aus dem R3 heißen linear unabhängig, wenn folgendes gilt. Sind λ1, λ2 und λ3 beliebige reelle Zahlen mit λ1 mal V1 plus λ2 mal V2 plus λ3 mal V3 gleich 0, so folgt automatisch λ1 gleich λ2 gleich λ3 gleich 0. Diese Begriffe sind anfangs etwas schwer verdaulich, daher sollten wir uns ein paar Beispiele angucken. Ich habe behauptet, dass die Vektoren 1, 0, 0, 0 und 1, 1, 0 linear abhängig sind. Na schauen wir doch einmal. Wir suchen reelle Zahlen λ1, λ2 und λ3, sodass λ1 mal Vektor 1, 0, 0 plus λ2 mal Vektor 0, 1, 0 plus λ3 mal Vektor 1, 1, 0 ist gleich der Nullvektor gilt. Eine Möglichkeit wäre, λ1, λ2 und λ3 allergleich 0 zu setzen, aber das kann ich natürlich für alle Vektoren so machen und ist daher ziemlich witzlos. Deshalb haben wir bei der Definition von linear abhängig auch gefordert, dass von den Zahlen λ1, λ2 bis λ3 mindestens eine ungleich 0 ist. Naja, was gibt es denn sonst für Möglichkeiten? Zuerst einmal können wir die obige Gleichung noch etwas kompakter schreiben. Dazu erinnern wir uns daran, wie wir einen Vektor mit einem Skalar multiplizieren. Wir erhalten die Summe der Vektoren λ1, 0, 0, 0, λ2, 0 und λ3, λ3, 0 ist gleich der Nullvektor. Mit Hilfe der Vektoraddition können wir dies weiter vereinfachen zu einem Vektor λ1 plus λ3, λ2 plus λ3, 0, welcher gleich dem Nullvektor ist. Damit diese Gleichung gilt, muss insbesondere λ1 plus λ3 gleich 0 bzw. λ1 gleich minus λ3 gelten. Siehe erste Komponente. Anhand der zweiten Komponente sehen wir, dass außerdem λ2 plus λ3 gleich 0 bzw. λ2 gleich minus λ3 ist. Wir können jetzt beispielsweise λ3 gleich minus 1 wählen und erhalten dann λ1 gleich 1 und λ2 gleich 1. Folglich ergibt sich 1 mal den Vektor 1, 0, 0 plus 1 mal den Vektor 0, 1, 0 plus minus 1 mal den Vektor 1, 1, 0 ist gleich der Nullvektor. Folglich sind die drei Vektoren 1, 0, 0, 1, 0 und 1, 1, 0 linear abhängig. Wir hätten anstelle von λ3 gleich minus 1 auch irgendwas anderes wählen können, beispielsweise λ3 gleich 4. Dann wären λ1 gleich minus 4 und λ2 gleich minus 4. Welche Koeffizienten λ1, λ2 und λ3 wir am Ende erhalten, ist vollkommen egal. Hauptsache mindestens einer ist ungleich 0. Betrachten wir ein weiteres Beispiel. Die drei Vektoren 1, 0, 0, 0, 1, 0 und 0, 1, 1. Angenommen wir hätten reelle Zahlen λ1, λ2 und λ3 mit λ1 mal 1, 0, 0 plus λ2 mal 0, 1, 0 plus λ3 mal 0, 1, 1 ist gleich der Nullvektor 0, 0, 0 bzw. λ1, λ2 plus λ3 λ3 gleich 0, 0, 0. Diese Gleichung kann nur stimmen, wenn λ1 gleich 0, erste Komponente und λ3 gleich 0, dritte Komponente. Außerdem wissen wir, dass λ2 plus λ3 gleich 0, zweite Komponente. Wegen λ3 gleich 0 bedeutet dies λ2 gleich 0, also sind alle Zahlen λ1 bis λ3 gleich 0. Das heißt, die Vektoren 1, 0, 0, 0, 1, 0 und 0, 1, 1 sind linear unabhängig. Okay, ich glaube, ich habe verstanden, was linear abhängig und unabhängig bedeutet. Ich verstehe wieder mal gar nichts. Aber was interessiert mich dieser Nullvektor? Vielleicht ist dieser Nullvektor für uns gerade nicht sonderlich wichtig, sondern eine andere Sache. Angenommen, die Vektoren V1, V2 und V3 sind linear abhängig, dann existieren reelle Zahlen λ1, λ2 und λ3, sodass λ1 mal V1 plus λ2 mal V2 plus λ3 mal V3 gleich 0 gilt und mindestens eine dieser Zahlen ungleich 0 ist. Nehmen wir mal an, diese Zahl wäre λ3. Wenn es nicht λ3, sondern λ1 oder λ2 wäre, funktioniert das Argument genauso. Man muss dann lediglich ein paar Indizes verändern. Dann können wir die obige Gleichung durch λ3 teilen, bzw. mit 1 durch λ3 multiplizieren. und erhalten λ1 durch λ3 mal V1 plus λ2 durch λ3 mal V2 plus v3 ist gleich 0, bzw. V3 ist gleich minus λ1 durch λ3 mal V1 plus minus λ2 durch λ3 mal V2. Definieren wir die reellen Zahlen α und β durch α gleich minus λ1 durch λ3 und β gleich minus λ2 durch λ3, so erhalten wir V3 ist gleich α mal V1 plus β mal V2. Das heißt, der Vektor V3 lässt sich aus den Vektoren V1 und V2 kombinieren. Bezogen auf unseren Satelliten bedeutet dies, alle Richtungsänderungen, die ich mit den zu V3 gehörigen Steuerdüsen machen kann, kann ich auch mit den Steuerdüsen ausführen, die zu den Vektoren V1 und V2 gehören. Die Steuerdüsen, die zu V3 gehören, sind also überflüssig. Wir befinden uns aber in einem dreidimensionalen Raum, was so viel heißt wie, der Raum hat drei unterschiedliche Richtungen. Wenn wir uns im gesamten Raum bewegen wollen, benötigen wir folglich Steuerdüsen für drei verschiedene Richtungen. Unser Satellit besitzt auch Steuerdüsen für drei Richtungen, von denen aber nun eine Richtung durch Verrutschen der Steuerdüsen überflüssig geworden ist. In Wirklichkeit kann der Satellit nur in zwei unterschiedliche Richtungen steuern. Eine Richtung fehlt. Damit bleibt ein Großteil des Raumes für den Satelliten unerreichbar. Und genau das ist bei PIZZA1 passiert. Die Steuerdüsen zeigen in die Richtungen 1, 0, 0, 0 und 1, 1, 0. Wir haben schon gesehen, dass diese drei Vektoren linear abhängig sind. Also, dass 1 mal den Vektor 1, 0, 0 plus 1 mal den Vektor 0, 1, 0 plus minus 1 mal den Vektor 1, 1, 0, 0 den Nullvektor ergibt. Folglich lässt sich einer dieser Vektoren durch die beiden anderen darstellen. Beispielsweise ergibt 1 mal den Vektor 1, 0, 0 plus 1 mal den Vektor 0, 1, 0 den Vektor 1, 1, 0. Alle Punkte, die PIZZA1 erreichen kann, kann er mit Hilfe der Steuerdüsen für die Vektoren 1, 0, 0 und 0, 1, 0 erreichen. Das sind folglich alle Punkte der Form alpha mal den Vektor 1, 0, 0 plus beta mal den Vektor 0, 1, 0 und das ergibt den Vektor alpha, beta, 0. Offensichtlich ist die dritte Komponente immer 0. Daran ändert sich auch nichts, wenn wir den dritten Vektor hinzunehmen. Alpha mal den Vektor 1, 0, 0 plus beta mal den Vektor 0, 1, 0 plus gamma mal den Vektor 1, 1, 0 ergibt den Vektor alpha plus gamma, beta plus gamma 0 für alpha, beta und gamma aus den reellen Zahlen. Deshalb ist es für PIZZA1 unmöglich zur ESS zu gelangen, die sich am Punkt 473 befindet. Das heißt, wenn ich sicher gehen möchte, dass ich mit meinem Satelliten auch wirklich in alle Richtungen manövrieren und jeden Punkt erreichen kann, muss ich sicherstellen, dass ich drei linear unabhängige Steuervektoren habe? Sozusagen. Das gilt natürlich nur in einer dreidimensionalen Welt. Wenn du deinen Lieferservice ausbauen und auch in einer vierdimensionalen Welt zustellen möchtest, brauchst du vier linear unabhängige Vektoren. Noch eine Dimension? Nein, danke. Mir ist schon schlecht. Äh, ist erstmal nicht geplant. Also in meinem Traum hast du den Satelliten dann zur ESS gelenkt und wir haben Pizza gegessen. Na, was sonst? Übrigens, ist noch ein Stück übrig von gestern? Als ich miche über recall einfach rausnehmen kann, bis einculos. Bei mir zurudoschaft, bis ein Afric. Ich bin Propag Theresa.